Hallo zu meinem heutigen Video, heute mal wieder ein Lebenszeichen von mir und von meinem Kanal klar und ich war eben auch in Urlaub, hatte eine längere Sommerpause und auch ein bisschen Renovierungsarbeiten, wenn man ein Haus hat, ja Familie und Beruf, das kam alles ein bisschen, da war ein bisschen Bewegung und deswegen hatte ich auch wenig Zeit, hier auf meinem Minus-Kanal was hoch zu posten. Nun, jetzt wird sich wieder das beruhigen und es werden wieder einige Videos folgen. Hin und wieder mal wird es wieder in ein paar Wochen vielleicht eine Pause geben. Ich betreibe diesen Kanal nur aus, ja Hobby-mäßig, also es ist jetzt nichts Kommerzielles und klar, der ein oder andere wird mich dann wieder deabonnieren, aber dann ist es halt so und die anderen bleiben halt eisern dabei und warten wieder auf was Neues und ja, das wird eben bei mir schwanken. Ich habe nämlich eben diese Möglichkeit, nicht wie ein Schüler oder ein Student ja, regelmäßig Videos auf diesem Kanal zu posten, aber natürlich ist der Wille da und wenn ich die Zeit finde und ein interessantes Thema habe, werde ich das natürlich auch in der Zukunft tun. So, anderes Thema, fangen wir mal an. Hier, ich werde am 11. bis einschließlich 13. Oktober in Heidelberg bei der nächsten UbuCon dabei sein. Ich weiß noch nicht genau, welche Programme ich besuche. Falls ihr nicht wisst übrigens, was die UbuCon ist, das kann ja durchaus sein. Das ist so ein Ubuntu-User-Treffen mit verschiedenen Seminaren, Vorlesungen, ja Produktvorstellungen, Neuigkeiten. Am Abend hat man nochmal eben so ein soziales Treffen, irgendwo im Café oder im Bistro oder im Restaurant und mit den ganzen Linux- oder Ubuntu-Usern. Das wird mein erstes Mal sein. Auf YouTube gibt es da verschiedene Videos zu den Jahren 2010, 11 und 12, glaube ich. Da könnt ihr mal gerne googeln und euch mal die verschiedenen Programme anschauen. Es war, glaube ich, sonst auch immer in Berlin und diesmal ist es in Heidelberg. Da werdet ihr mich auf jeden Fall auch antreffen können, da werde ich sein. Nur zur Information, geht mal auf die UbuCon-Seite.de. Übrigens, da müsst ihr jetzt nicht der absolute Linux-Guru sein, um da dabei zu sein, sondern da sind auch wirklich Programme für Neulinge, die zum Beispiel eben Terminalbefehle werden da näher gebracht. Der Kostenpunkt ist, glaube ich, 10 Euro und dann noch die Übernachtung. Schaut es euch gerne mal an und wenn ihr aus Heidelberg oder in der Nähe kommt, dann lohnt es sich ja allemal, da mal vorbeizuschauen. So, das mal zu dem heutigen Video. Ich werde gleich eben morgen nochmal welche vorbereiten und zwar werden wir uns zusammen die verschiedenen Distributionen mal anschauen, die es jetzt so wieder gibt und ja, was ich davon halte und ja, ich denke, ihr kennt solche Videos und ihr seid hoffentlich dabei. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.